Breaking Bad Impfstoff-Deal mit Alain Berset SRF 2 am Morgen Sie enttäuschen selten mal, von dem her wir gehen direkt mal rein, let's go baby Ist ja nur die Verkleidung Also Breaking Bad, Outfit, nailed it Glatzen, ja, fühle ich Oh shit boys Oh, aber der Typ ist Unterhosen Darf ich das auf Twitch schon mal holen? Ja komm scheiss drauf Äh Mein Name ist Walte Weiss Ich wohne an den Dorfstrahl 17. Tag, Marcel Ich wohne nicht in Quarantäne Vor allem möchte ich, dass mein Sohn endlich wieder aus dem Haus Egal was über mich bekannt wird Ich bin nur ein junger Tag Ich bin nur ein junger Tag BERBERBERBERBERBERBERBERBERBERуш Ja, der Suche, Mann, der Suche! Es hat kein neues Produkt. Es ist mir gesagt worden, es ist excellent. Es ist der beste Impfstoff auf dem Markt weltweit momentan. 99%ige Wirksamkeit. Ja, aber das ist nur ein Faktor, Herr Weiss. Aber Sie könnten es ja so machen wie mit dem Maske-Millionär vom Zürichberg. Nicht überlegen, einfach mal alles abkaufen. Psst. Aber Ihr Impfstoff ist von der Behörde nicht anerkannt. Und wir haben schon Moderna bestellt. Und diese anderen, wie sagt man es? AstraZeneca? Genau, AstraZeneca. Und wo ist der Impfstoff jetzt, Herr Berset? Es warten alle darauf. Wenn es so weitergeht, werden die Jungen selber in der Risikogruppe sein? Schauen Sie. Aber bis jetzt ist das Video. Wenn Ihr ein bisschen die aktuellen Geschehnisse verfolgt, dann wisst Ihr, was hier abgeht. Sie sind wieder ein süffendes Baber. Es gibt Wichtigeres als Ihre Impfstoffe. Sondern? Ich muss jetzt nach Ovalden ein paar Skiterrasse räumen. Wenn Sie mir nicht helfen, würde ich das Ganze selber in die Hand nehmen. Die Jungen würden alles geben für diesen Stoff. Ja. Ich schon, ja. Schauen Sie. Wenn alle Jungen... Was denken Sie? Nein, jetzt mal Realtalk. Was denken Sie, wenn ich mich überhaupt impfen kann? Ich rechne mal. Ich möchte jetzt mit euch. Ich mache jetzt eine Wette mit euch. Ich mache jetzt mit euch. Ich kann hier einen Clip drüber machen. Ich sage, der Elias hat zwar Spätherbst. Ich habe keine Ahnung. Nicht Spätherbst. Ich glaube in der Schweiz. Ich impfe mir im Ende April, Anfang Mai. Plötzlich geimpft sind. Ich hatte nichts dagegen. Aber Sie müssen schon sehen. Habe ich das nicht gesagt? Wann ich d'accord? Ready or not? Hey Chad. Hey. Willst du mich verraschen oder was? Nein. Wir. Wette um 100 Steine. 100 Franken. Ich bin dabei. Okay? Wir gucken mal. Eh, miss. Und noch mal ein Flaschen. Ein Flaschen. Genau, gut. Wie viele sind sie jetzt? Also jetzt haben wir 600'000 Einheiten. Jede Person braucht zwei Impfungen. Wo ist der Ueli Maurer? Ja, ich rede jetzt nicht von den 10 Leuten, von den Normalsterblichen. Ich habe den Job mit dem 10, Ueli Maurer, man. 300'000 minus alle Verschwörungstheoretiker, plus noch die Kinder von dem Skifahrer, der Bersa als Hureson bezeichnet hat. Das macht 678'543 Franken. Für jeden. Für jeden? Für jeden. Das reicht ja für zwei Bändlis und einen Ferrari! Yes, bitch! Come on! Woohoo! Yeah! Schlafen wir weiter! Die Süche, Mann, die Süche, Mann! Oh nein, 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 nein! Fuck! Ich bin so, als wäre ich geschlafen! Oh! 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 Ich gehe ab, das ist aber halbzig auf Twitch, Mann! Stopp, stopp, die Herren! So werden wir nie besser als die Zugerpolizei! Hey, Paddy! Weicher in den Bewegungen! Mehr Drama! Oh, Schwere! Paddy, Paddy! Nicht als Kritik! Als Anregung! Komm, gehen wir noch mal! Oh nein! Zwei! Eins, zwei! Hey! Oh, steh auf! Wir können weiterkochen, wir sind nur am Jerusalemanjubig gewesen. Aber die Schweizer Polizei würde ja so etwas nie aufdecken. Oha! 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 Wer bist du? Du weißt genau, wer ich bin. Ihr alle wisst es. Ich bin der, der Moderna und AstraZeneca Konkurrenz macht. Sag meinen Namen! Say mein Name! Sag meinen Namen! Sag... ...mein... ...Name! Alter! Shit! Du bist Johnson & Johnson. Ganz genau! Haha! Und jetzt was dazu? Wir sind zu euch gekommen, weil ihr jung seid und keine Chance auf einen Impfstoff habt. Unser Impfstoff... ...ist euer Ticket zu Freiheit, Exzess und Party. Sick. Sick. Fucking sick! Das Zeugs ist besser als Verspoutnik 5. Crazy! Fucking crazy! Geld! 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 Gebt's! Geld! Die Sicher sind wirklich auch die besten Schauspielerinnen und Schauspieler. Ah, die 10 von 10 Schauspieler. Nimm! 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 Oh! Oh mein Gott! Hey zusammen! Oh mein Gott! Heute achte ich auf meinem YouTube-Channel! Und zwar... ...react to Impfstoff! Dann zieht es euch rein! Das wird wild, das wird wild! Was machen wir? Wir gehen ins Oli. Oh mein Gott! Wir gehen ins Konzert! Ja, Mann! Let's go! Der Maba macht die Reaction! Das mache ich ja gerade. Bist du überhaupt geimpft? Fuck. Gib mir eine Dosis. Hast du jetzt alles verkauft? Nein, das mache ich nicht mehr. Nein! 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 Er stirbt! Sad! Nein! So ein Müll, aber guter Müll, das ist geil, das ist geil, das ist geil, das ist geil.